Wie cool ist das denn? Ihr seid am Herstab. Nisi ist am Start. Und wenn ihr diesen Kanal auch nicht abonniert habt, dann bitte abonniert ihn. Und könnt ihr diesen Kanal sehr gerne abonnieren. Ich würde mich darüber sehr gerne freuen. Und nicht zu vergessen, Daumen hoch. Ich würde mich sehr gerne darüber freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren unten schreibt, dass ich für Videos drehen soll. Soll ich Pranks machen oder Vlogs? Kommt drauf an, was ich für Videos machen soll. Das könnt ihr mir bitte in die Kommentare schreiben. Und auf jeden Fall nicht zu vergessen, dass ihr nächstes Video, was ihr von mir anschaut, Bitte weiter in den öffentlichen Netzwerken verschickt. Das wäre sehr cool. Auf Facebook, Twitter, Insta. Darüber würde ich mich sehr gerne freuen. Also bis zum nächsten Video.